Willkommen zurück zu einer neuen Runde, Contagion mit dabei, da hallo Bob, Quentin, hey Internet on YouTube, wieder mal als Larry der Burger Buden Brutzelboy, was für ein Name, Burger Buden Brutzelboy, das ist ein Sonderangebot, heute hast du Sonderangebote, drei Burger zum Preis von vier, oh diesmal werden wir es durchspielen, ich hab es im Gefühl, ist ja gar nichts, nicht mal sonst, irgendjemand hat gelootert, irgendjemand hier ist real Paranoia Ich geh mal hier drüben hin Was ist hier drüben? Ich brauch Loot, oh hier drüben, die Tür, sie klopfen schon Mach doch auf, mach du mal auf, mach du mal auf Geht nicht, weil man will immer die Tür öffnen, wo die auch steht Ich hab ihn getroffen Kommt her Wer lebt noch, wird es nicht mehr, oh guck mal hier, da hinten ist die Schöne Die sind so blöd um die Tür zu öffnen, die sind Henkel-Idioten Boah, zwei auf einmal Da kommen so viele, das dauert noch bis die Tür, können die nicht einschlagen? Na also Die Lady hat es geschafft hier Tötet sie, tötet sie Kümmer du dich drum, sie will mich essen Hey Larry, was machst du da? Ich geh aufs Klo Munition Auf dem Klo gibt's den guten Shit Noch mehr Munition Im wahrsten Sinne des Wortes Das war nur ein Ablenkungsmalöver Ein Raketenwerfer in der Schüssel Na ja, von wegen Die Superwaffe Von den Feuerlöschern Hast du dir die Hände gewaschen? Nunchucks Wer ist das? Ah, das ist ein neuer, meine Güte Real Zoms Ich hab gar nichts gefunden So Ich hab massig Munition I got the key Du rennst bei der Munition vorbei Ja, ich hab so viel, dass ich eins liegen lasse Ich hab ganz wenig Munition Und keinen Loot gefunden Aber ich geh mal hier drüben hin Auf dem wir sind Guck mal, ihr stürmt hier rein Da hinten in die Ecke Zack, zack, zack Alles mitgenommen Shut up, Notte Ja, ja Tschüss Ich hab so viel Munition Ich kann alle Zoms Das ist Teamspiel Was ist denn hier? Hier ist ein Cop Nunchucks Die Tür ist doch offen Warum schlägt da die andere noch ein? Der Idiot Der will es unbedingt We need the key to your heart Mit dem Feuerlöscher Alles klar Geh doch weg, geh doch weg Da, lo Geier Telefon Wo ist die Beute? Oh yes, AK Ihr Lutscher Ich hab die AK Oh, und hier drüben noch eine Oh nein, ich kann sie nicht mitlegen Ich hab zu viele gute Waffen Wer ist das denn? Your Craft Das sind schon zwei neue jetzt Haben wir den Schlüssel zum Herzen? Alles Kerle, Quantum Sind alles Kerle Naja, bis auf da, lo Geier Wer will zuerst? Wer ist jetzt im Paradies? Hab doch, hab ich einen weiblichen Skin? Du bist so ein junges, blondes Mädel Quatsch, wer bin ich? Identitätsprobleme Wo genau müssen wir hin? In diesem Das Gefängnis ist ja jetzt auf Aber da kommen keine Zombies raus Hallo? Hier drüben war noch ein Schlüssel Hat den jemand mitgenommen? Ja Ich bin auch schon weiter als ihr Hier geht's richtig ab Larry, wo ist er hin? Ich bin genau dort, wo ich nichts sein soll Moment mal Larry, hinterher Oh, Sox Folgt doch nicht dem Ahnungslosen, Mann Der ist Burger-Brater geworden Hier drüben Erstmal hier die Flammen besiegen Komm ich rüber Ihr seid bei den Flammen? Wir sind schon im Gefängnistrakt Da, wo die Action ist Moment, hier sind doch noch ganz viele geheime Sachen Wie zum Beispiel Yes, Baby Oh Gott, keine Muni mehr Habt ihr Nahkampfwaffen? Oh yes Oh yes, hier drüben Alter, wie viel Loot Kommen wir da raus? Your Craft Ist ja der Wahnsinn Zieht's euch rein Lass mal die Zombies zu den anderen Ich bin voll im Business Nein Ich kann gar nicht alles tragen Deswegen zerstöre ich jetzt schon ein paar Dinger Gib mir die Sachen Schieß auf die Zombies, Burger-Brater Komm mal hier in der Axt Warum stirbt sie nicht? In den Kopf Das ist doch wohl klar Ja, schieß ich doch Das ist doch wohl Zombie-klassisch Schön, Quantum Ein richtiger Killer Absolut Oh Baby Ah Moment, Nachladen Oh nein, ich muss wieder ganz außenrum gehen Ich geh mal nach oben Nein, Quantum, ich brauch Hilfe jetzt Was denn? Ich bin schon weg Ich bin eingesperrt in der Zelle Und hier sind Zoms Ich geh down Was? Hilf mir unten Ich bin ganz oben Nicht mein Problem Das wird so eine Seven-Days-Geschichte Wartet ab, ey Ich hab's gerade überlebt Ist er tot? Ja, also Du hast noch 80 Energie Was? Ja Mit den letzten Kugeln Oh Mann, der ist so eine Drama-Queen Wo ist Kies eigentlich wieder? Versteckt sich wieder Und warte, bis alles clean ist? Oh Leute, ich hab wirklich alles dabei Auf dem Server ist übrigens Friendly Fire an Also seid vorsichtig Boah Mann, bin ich im Business Seid ihr auch so im Business? Bin in der Dusche und macht Business Nicht mein Business Jeder, wie er möchte Oh, shit Oh, Larry Was ist los? Burger, Brat und Larry Ich suche neues Fleisch Eine Art Munition für alle? Wer hat den Schlüssel für Station 3? Ja, mach den Kopf, den Dienst da weg Kühl ihn ab ein bisschen Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg Wo ist die Munition? Wo ist die Munition? Oh, hier drüben das Ledgehammer Wieso geht das nicht auf? Oh yes Oh, er rennt hier rein Und nimmt alles mit Er braucht's gar nicht Er ist so ein Gauner Ich hab noch genügend Slots frei Dankeschön YourCraft, ein richtiger Freund Nicht so wie Dalu-Geyer Er ist mein bester Freund Hulk Smash Ich brauch Freunde Wenigstens hab ich welche Nein, du suchst ja grad welche Hier im Gefängnis Ja, im Gefängnis braucht man sie erst recht Das ist wie auf YouTube Beziehung Ich klee mal hier nach unten den Weg Sledgehammer Der größte Hammer deiner Welt Boah, ich wette hier drüben gibt's Geheimnisse Da hat der Hammer Oh, hier unten Wer war hier unten schon? Ich muss zum Enker Quentin, was machst du hier? Ich wollte hier unten mal sauber machen Damit ihr kommt mit dem Gezangengerät Kann ich hier trauen? Aus dem Weg Ups Not the right key Boah, die ist ja immer noch am Leben Wie jetzt? Geke, links ist noch ein Was macht der mit der Das ist sie Da, hallo, Schwester Okay, hier müssen wir rein Wo seid ihr denn? Ich kann nicht verwandt sein Sieht so gut aus Gerade dann Wir brauchen nochmal die Zange Die war im Yard Jetzt brauche ich dann aber wieder Munition Ich bin in der Küche Wo seid ihr? Das geht dich gar nichts an In der Küche Boah, ist hier geiles Zeug Ja, mit Munition Boah, hier drüben Was für ein geiler Shit Nein, lad nach die Gun Mann, ich hab hier alles Sind die Zombies aggressiver geworden? Boah, hinter mir ist ein Meine Güte, niemand Was ist los mit dir? Leute, oh nein Oh shit, die ist real Ey, das ist doch nicht wahr Wo seid ihr denn? Was machen die? Die Sprengen alles um Dach Brenten, wo bist du? Gleich dort Komm mal hier drüben hin Oh, was ist denn das für ein Typ hier? Ey Leute, was ist denn los? Oh Gott, ich brauche hier Ich brauche auch Hilfe Wer ist der Volk? Wo seid ihr denn? Ich bin unten in der Küche Und hier sind tausend Zombies Boah, die essen hier drüben ein Die essen gleich mich? Einer ist tot Einer wurde gefressen Komm nicht mehr vorbei Jetzt haben sie mich Oh, noch nicht Wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm hier rechts in den Raum Renn doch raus Konnte ich doch bis gerade nicht Ich war gefangen Da sind tausend Zombies vom Dach gefallen Oh Mann, zusammenbleiben Die hört nicht mehr auf Quantum ist auf dem Dach Ich bin ganz unten Ne, ne, ne Ich bin Station 3 drinnen Aber da habt ihr mir nichts gelassen Die Zombies fallen hier weiter vom Dach Und da ist er hier Endlos Was ist hier drüben? Ich brauche Munition Shotgun, Moment Die nehme ich mit Die nehme ich mit Brauche Munition Munition Eine Kugel noch Das war's Alles klar Ich habe eine Shotgun noch Ich brauche eine Nahkampfwaffe wenigstens Niemand hört mir zu Ich brauche Munition Ja, Munition brauchen wir alle Gib mir wenigstens eine Nahkampfwaffe Trinkendals Munition Boah, die hier drüben Ah ne, jetzt bist ja du da Ich dachte, wir wären Zombie am Essen Ich habe mir das mal hier bequem gemacht 15 Schuss Zange, sonst kommen wir hier gar nicht weiter Ich habe noch 70 Hier haben Yard Mach mal hier drüben, kann man hier rein? Ich bin im Yard Ne, hier kann man nicht rein Ja, dann hol dir die Zange Wie kann man Waffen wegwerfen? Geh Habt ihr die Zange? Noch nicht Achtung, Achtung, Achtung Die beißt Hey, hey, hey Liegt ne MP, kann die einer mitnehmen? Wo? Ja, Quentin kann die doch mitnehmen Hier Die Zange war doch hier drüben Ein Hammer Kann man den mitnehmen? Ne Aber die Zange, die war doch hier Da bin ich mir ziemlich sicher Wow, 20 Schuss für die MP, wow Als ich sie weggeworfen habe, war sie leer Sollte man sie öfters wegwerfen Okay, Freunde Wo genau müssen wir hin? Kann ja nur hier unten irgendwo sein Oder in der Garage Ja, da warst doch du eben Ja, aber ich konnte mich da nicht umgucken Warte, Moment Wir gehen gemeinsam hin Aber erstmal hier oben noch so ein bisschen nach Munition suchen Achtung, hier bin ich Wir kommen aus Station 4 rein Ja, wir kommen da hin Wir brauchen nur die Zange Komm mal mit hier drüben Also, noch jemand am Leben? Was haben wir hier drüben? Boah, cool, ne Pistole Hier ist ne Gun Will jemand ne Gun? Ne Pistole nicht Da ist Munition drin Kann man das Tor hier aufmachen? Ich hab sie, ich hab sie Hier drüben Nimm mal mit Hab keinen Platz Ich auch nicht Ich hab die Schlüssel Dann seh ich hier keine Zange Ach hier Doch, hier zwei Quantum Was denn? Burgerbruten Boy Oh, Larry Hier drüben Hier, ne mit Mhm Musst du mich weg Ja, nimm den hier Weg damit Ja, hier drüben ist noch ne Pistole Guck mal hier Kannst du die irgendwie mitnehmen Looten oder so Ja, das ist die Pistole, die ich schon hab Okay Dann drehen wir hier nochmal ne Runde Alles klar, gehen wir nach drüben Kees, gibst du mir den Hammer, du hast ja noch genug Munition Wieso, du hast nen Baseballschläger Oh ja, der Vergleich ist enorm Hm Nothing Müssen wir nicht hier drüben hin, nach unten? Ne, hier ist, äh, die Tür Sicher? Moment, was hatten wir hier? Wo solltet ihr denn jetzt hin? Treppe hoch rechts Voll Janich Kies Der kennt sich hier nicht aus Wo ist der andere hin? Unten, unten sind Medikits, oder? Richtig Richtig Wo ist der andere hin? Hier Ach, der steht hier rum Sind alle da Kriegt die dann Medikits? Nein Tötet dich Ich hab keine Emotionen Ich schau euch zu Wow, 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 wow Alles klar So, gimme, 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 gimme Hier drüben ist ein Sledgehammer Hier liegt ne Pistole, aber ich kann sie nicht einordnen Ach, hier Aber kein Medikits Ich hab eins Ein Medikits Das ist zu wenig für uns Das ist doch ne Pistole Das Medikit ist doch ne Pistole Ich brauch meine Drogen Sonst dreh ich hier durch Na toll, das war's Wie viel AP habt ihr? Seh ich nicht 100 Ich hab 100 Okay, Ucraft hat am wenigsten Danach ich, also nehm ich das Wieso hab ich 100 wieder? Ach, Ucraft Mein bester Freund hat mich geheilt Dankeschön Irgendjemand hat meine Pistole aufgenommen Die ich in die Ecke geworfen hab Ich nicht Quantum Nee Trauer niemals einem Larry Quantum Mach hier auf nach oben Ignoriert dich und geht weg Quantum Ich hab keine Mit meiner Warfe geht der weg Mach das Ding auf Stell dich nicht so an Ich mach's auf So Guck mal, Dalo hat sich wieder selbst gehalten Dabei brauchst du ein anderer viel mehr Nein, ich hatte gesagt Ucraft hat am wenigsten HP Also nehm ich es Die Logik What the fuck Wow Er hatte ein Medikit Und wollte es nicht Noch einer Ja, der wird hier Der hat schon kein Genick mehr Da kommt noch mehr Ich hab aber keine Ausdauer mehr So viele Frauen Ist doch geil Drehlinge Wie schrecklich Ganze Familie Um ist ne Gun Um ist ne Gun Keine Gun Wieso so wenig Sachen auf einmal Hardcore Das Handy klingelt Let's head to the basement In den Keller auf einmal Aber hier war doch irgendwo noch so ein Lager Ja Du bist schon wieder drin oder was Ich würde nicht so Hamisch lachen Wenn Friendly Fire Oh, kank Hier ist so Das Dach ist voll Wow Das Dach ist voll mit Sobs Die wollten alle fliehen Und sind dann gestorben Der Klassiker eben Wer klettert da drüben rum? Quentin Da holt sich die Gans Hier ist alles zu Hier gibt's gar nix Oh noch Liegt hier Munition? Ja Halleluja 15 Schuss mehr Zum Glück Ihr Schweine Seht oben nichts Ihr looted alles Und die anderen gehen leer aus Es kann nur einer überleben Und der bin ich Kann nur einer looten Ich bin Vielen Dank.